Aus Köln, Überlegende. Es sind wahrscheinlich die Schiffbrüchigen, gerade aus dem Wasser gezogen. Decken werden an sie verteilt. Jetzt stehen sie da, stumm und grau im Gesicht. Dies ist eine Skulpturengruppe, variabel in der Ausstellung. Was so viel heißt, wie es existieren, davon noch mehr. Je nach Bedarf wird eine größere oder kleinere Gruppe zusammengestellt. Diese Skulpturen bestehen aus Stahl, Gips, Pappenmaché und Stoffen. Man muss sich aber auch mit der Kuchen holen. Ja.